Hallo, ich bin Dominik Burch und heute schauen wir uns den Mars im Zeichen Zwillinge an. Die erste Hälfte vom diesjährigen August war ja geprägt von dieser Dreifachkonjunktion von Mars, Uranus und dem nördlichen Mondknoten im Zeichen Stier. Das heisst, wir hatten hier diese zwei sehr, sehr aktiven, schnellen, bewegungssüchtigen und veränderungssüchtigen Planeten Mars und Uranus verstärkt durch den nördlichen Mondknoten auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite haben wir den Stier, dieses langsame, träge Erdzeichen, wo sich der Mars überhaupt nicht wohlfühlt und auch der Uranus nicht, plus noch das Quadrat von einem sehr, sehr starken Saturn, dem Neinsager und dem Bremser. Da haben sich diese zwei Planeten extrem unwohl gefühlt und dann haben wir diesen Konflikt gehabt, diesen Aufbau von enormem Druck, diese Frustration, die das Ganze mit sich brachte und dann da und dort eben dann auch mal eine Eskalation. Und nun ändert sich die Zeitqualität für alles, was vom Mars berührt wird oder alles, was unter die Kontrolle dieser Mars-Energie fällt. Denn der Mars geht jetzt am 20. August ein Zeichen weiter ins Zeichen Zwillinge. Wir können also sagen, der Mars entflieht jetzt dieser Situation im Stier und geht jetzt ins Zeichen Zwillinge hinein und mit dem ändert sich die Zeitqualität ganz deutlich. Zumindest für all das, was den Mars betrifft, diese Mars-Thematik. Der Mars wird jetzt ungewöhnlich lange im Zeichen Zwillinge drinbleiben. Er wird sieben Monate dort drinbleiben. Also erst im nächsten März wird er dann wieder das Zeichen wechseln und geht dann zum Krebs weiter. Der Grund für diesen enorm langen Aufenthalt im Zeichen Zwillinge ist, dass der Mars dann eben auch mal rückläufig wird. Und das hat dann zur Folge, dass der Mars quasi dreimal das Zeichen Zwillinge, fast das ganze Zeichen Zwillinge, durchlaufen muss. Er geht zuerst vorwärts, dann wird der rückläufige rückwärts durch das Zeichen und dann nochmals vorwärts. Und das ist das Spezielle an diesem Transit. Der Kriegsgott Mars steht eben nicht nur für all das Schreckliche, was wir mit dem Thema Krieg assoziieren. Der Mars hat durchaus auch sehr positive Seiten. So steht er zum Beispiel auch für Kraft ganz allgemein, aber auch Kraft im Sinne eben von körperlicher Kraft, aber auch Kraft im Sinne zum Beispiel von Tatkraft. Apropos Tatkraft, falls du die nötige Tatkraft verspürst und du magst, gib diesem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Mars und ich werden es dir danken. Nebst Tatkraft steht der Mars auch für Handlungsdrang, die Kraft überhaupt etwas umzusetzen, zu handeln. Auch für Durchsetzungskraft, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Qualität, die uns der Mars verleiht. Wenn wir einen schwachen Mars haben, dann fehlt uns vielleicht die nötige Durchsetzungskraft im Leben. Und das ist ja schon eine sehr wichtige Qualität, die wir brauchen. Und der Mars gibt uns dann eben nicht nur die Durchsetzungskraft, sondern dann auch den Durchsetzungswillen, Wille und Kraft. Der Mars steht auch für das ganze Thema Mut. Der Mars ist derjenige Planet, der uns Mut verleiht. Auch eine sehr wichtige Qualität im Leben. Und der Mars symbolisiert Pioniergeist, Abenteuerlust, Risikobereitschaft und Fortschritt. Mars steht auch für Geschwindigkeit, für alles, was schnell ist. Aber auch für Arbeitswille, Fleiss, auch für Sport, Aktivität, allgemein und vieles mehr. Du siehst also, der Mars hat durchaus auch seine positiven Seiten und auch seine wirklich wichtigen Seiten für unseren Alltag. Ohne Mars ist es schwierig, den Alltag und das Leben zu bewältigen. Und nun geht der Mars, wie gesagt, ins Zeichen Zwillinge. Und das Zeichen Zwillinge ist einer der Tempel vom Planeten Merkur. Das bedeutet nun, dass der Mars sich auf die Ressourcen und Mittel abstützen muss, die ihm der Zwillingsmerkur zur Verfügung stellt. Anders ausgedrückt, der Mars muss jetzt quasi merkurische Qualitäten annehmen, um seine Dinge zu erledigen, um seine Energie manifestieren zu können. Und im Zeichen Zwillinge ist das eben eine andere Qualität, das hat eine andere Farbe, einen anderen Ton, als zum Beispiel im anderen Tempel des Merkures im Zeichen Jungfrau. Jetzt ist er aber im Zwilling, also geht es jetzt um Zwillingsqualität, um merkurische Zwillingsqualität. Das Zeichen Zwillinge ist ein maskulines oder wir können auch sagen Yang. Ich komme aus der chinesischen Philosophie, ich denke gerne Yin und Yang. Das Zwillingszeichen ist Yang von der Qualität. Das ist maskulin und es ist ein Luftzeichen, ein bewegliches Luftzeichen. Es geht ja also um den schnellen Austausch von Ideen. Das ist ganz, ganz zentral im Zeichen Zwillinge. Kommunikation, schneller Austausch von Ideen. Und das hat mit dem Thema Wahrnehmung zu tun. Im Zeichen Zwillinge geht es um die Wahrnehmung, um die ständige Wahrnehmung der Umgebung und dann um eine sofortige Kommunikation des Wahrgenommens mit der Umwelt. Man nimmt die Dinge wahr und muss es sofort weiter kommunizieren. Das ist ganz zwillingshaft. Das Zeichen Zwillinge ist auch sehr neugierig und jugendlich. Es ist clever und es ist breit informiert. Es braucht auch immer wieder neuen Input, weil dem Zeichen Zwillinge wird es sehr, sehr schnell langweilig. Es braucht immer wieder was Neues. Ganz anders als im Stier. Der Stier hat gerne immer dasselbe. Er hat nicht gerne Veränderung. Aber im Zwillinge braucht es immer was Neues. Da braucht es ständige Veränderung. Und anders als im anderen merkurischen Zeichen Jungfrau ist das Zeichen Zwillinge sehr schnell. Es ist aber auch unruhig und ungeduldig. Und beim Zwillinge geht der Blick eher in die Breite. Das ist weniger fokussiert als das Zeichen Jungfrau, das mehr in die Tiefe geht. Beim Zwillinge geht der Blick mehr in die Breite. Beim Zwillinge haben wir quasi den Flutscheinwerfer und bei der Jungfrau haben wir quasi den Laser, den ganz engen Strahl der Aufmerksamkeit und des Fokus. Der Zwillinge geht breit. Hier geht es um die Breite. Und wegen diesem in die Breite gehen der Aufmerksamkeit trägt der Zwilling manchmal das Vorurteil, oberflächlich zu sein. Das muss natürlich nicht sein. Es geht hier wirklich nur um die Breite. Und es gibt auch dennoch immer noch sehr tiefgründige Zwillinge. Das heisst nicht, dass alle Zwillinge oberflächlich sind. Und wie gesagt, es geht weniger um Oberflächlichkeit als um Breite. Und je nach Situation braucht es eben beides. Manchmal braucht man einen breiten Blick und manchmal braucht man mehr Tiefgang. Ein weiteres interessantes Merkmal vom Zeichen Zwilling ist seine Anpassungsfähigkeit. Manchmal ist das Zeichen Zwilling fast schon wie ein Chamäleon. Das kann sich sehr, sehr gut anpassen an die Umgebung und sich tarnen. Das sind natürlich nur ein paar Merkmale vom Zeichen Zwillinge, aber ich glaube, das reicht schon mal, um damit arbeiten zu können. Es sind nun diese Art von merkurischen, zwillingshaften Qualitäten, mit denen der Mars in den kommenden sieben Monaten arbeiten muss, um seine Energie manifestieren zu können. Das heisst, wir haben jetzt quasi nicht mehr den Kriegsgott im Sinne eines rohen Kraftprozesses vor uns, sondern eher so der clevere Stratege, der schlaue Stratege oder der geschickte Taktierer. Weil der Mars im Zeichen Zwillinge, der kämpft mit Worten und Ideen, viel mehr als mit roher Kraft. Und so eines der ersten Bilder, das mir so in den Kopf kommt, wenn ich an diese Qualität denke, dieser Mischung von Mars und Merkur-Zwillinge, ist die Politik. Weil in der Politik haben wir eben auch diesen Informationskrieg zu weinen, oder Propagandakrieg ist es ja schon beinahe manchmal, wo verschiedene Interessengruppen versuchen, Narrative zu steuern und Meinungen zu kontrollieren und zu bilden. Dieser Kampf der Ideen oder mit Informationen, das ist sehr massen in den Zwillingen. Ich denke da wirklich so an die unschöne Seite der Politik. Und in Extremfällen wird es dann eben wirklich schon zu einem Informationskrieg und dieser ganze Propagandamist, den wir ja aktuell sehr nah beobachten können. In fast allem, was jetzt irgendwie die Welt bewegt, müssen wir uns immer überlegen, ist das, was ich jetzt tue, ist das einfach nur Propaganda, ist das Manipulation oder ist das wahr und so weiter, ist das schwierig. Aber das ist eben, hier ist diese Maß im Zwilling, diese Energie, die hat damit zu tun. Auf der privaten Ebene spüren wir diese Zwillingsmass-Energie vielleicht am ehesten, zum Beispiel in den sozialen Medien, wo ja zum Beispiel Twitter, ich finde ja Twitter total schrecklich, aber auch allgemein in den sozialen Medien, wo quasi diese spitzzüngige Cleverness gefragt ist. Da ist so viel Giftigkeit dabei und es geht darum, wer ist jetzt noch cleverer und mit dem Maß im Zwilling bekommt das Ganze eben so eine Spitzzüngigkeit, so eine Schärfe. Denn Diplomatie ist nicht die Sache des Masses, das ist nicht seine Stärke, das ist scharfzüngig. Ein merkurischer Mass, ein Zwillingsmass, der ist sehr scharfzüngig, der wiegt seine Worte nicht ab, bevor sie rauskommen. Das ist zuerst sprechen, danach denken. Geopolitisch kommt mir so das Bild vom Geheimagenten, wenn ich an Mass im Zwilling denke. Der Geheimagent, der versucht ja aggressiv, aber dennoch wie ein Chamäleon getarnt, Informationen von einem Feind zu stehlen. Und sowohl der Mass als auch der Merkur können beide zum Beispiel Diebe symbolisieren, traditionellerweise. Also wir haben quasi dieses Diebische und dieser Kampf um Informationen. Das ist das, was so die Geheimdienste treiben. Das ist eben auch Mass im Zwilling. Und insbesondere dann, wenn es um moderne Kommunikationsmittel geht, dann haben wir quasi die Symbolik schon fast perfekt. Also wenn jetzt, ich denke da so Edward Snowden und so weiter, NSA, wenn es darum geht, moderne Kommunikationsmittel, das Internet und Smartphones und all das zu nutzen, um Daten zu klauen. Und eben von den Geheimdiensten oder von irgendwelchen privaten Akteuren und so weiter, das hat diese Qualität von Mass im Zwilling. Und ich denke, privat macht es sicher Sinn, jetzt in dieser Zeit, wo der Mass durch den Zwilling geht, diese sieben Monate, besonders achtsam zu sein, was Datensicherheit angeht. Alles, was wir im Internet machen, wenn wir im Internet Daten hinterlassen, E-Banking und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Probleme, noch vermehrt Probleme auftauchen in den nächsten Monaten. Auch das Thema Cyberkrieg ist natürlich hier ein Pass zur Symbolik. Also da wäre ich jetzt einfach besonders vorsichtig in nächster Zeit. Militärisch denke ich hier vor allem an Hightech-Kriegsführung. Vor allem an was mit der Luft zu tun hat. Also Angriffe aus der Luft, Verteidigung aus der Luft. Zum Beispiel Drohnenkrieg finde ich widerlich. Aber das passt einfach zur Symbolik, weil man hat hier quasi die Piloten, die irgendwo an einem sicheren Ort in einem Bunker sitzen und quasi wie bei einem Videospiel am Joystick Menschen umbringen. Das hat dann eben auch wieder diese spielerische, merkurische und zugleich massische Töten und Krieg. Das passt eben von der Symbolik her auch zu gut, zum Mass im Zeichen Zwillinge. Drohnenkrieg, aber auch zum Beispiel alles, was dann irgendwie militärisch mit Satelliten zu tun hat, Informationsbeschaffung. All das, was man so generell als Smart Weapons, also smarte Waffen bezeichnet, die irgendwelche Raketen und so, die da ihr Ziel selber finden und so. Das ist alles Mass im Merkur. Interessant wird es, wenn es um die Gesellschaft geht, um gesellschaftliche Fragen. Und ich denke hier, Mass im Zwilling, gesellschaftlich betrachtet, denke ich, das könnte in zwei sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Auf der einen Seite, auf der negativen Seite, würde ich sagen, könnte diese Phase, diese nächsten sieben Monate zu einer Verschärfung der gesellschaftlichen Spaltung führen. Denn ganz einfach, Mass liebt es, Dinge zu spalten. Mass hantiert mit seinem Schwert und der will Dinge spalten. Und im Zeichen Zwillinge tut er das aber nicht mit dem Schwert, sondern mit Ideen. Also haben wir hier eben das Bild von der gespaltenen Gesellschaft, wo sich verschiedene Ideen, verschiedene Ideologien zu einer Spaltung führen. Und die Spaltung, die ist ja da. In Europa sehen wir das, in den USA sehen wir es sehr stark. Und mit dieser Symbolik, mit dieser Energie ist die Gefahr eben gross, dass diese Spaltung jetzt noch massiv verschärft wird in den kommenden Monaten. Auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, könnte sich diese Mass-Zwillingsenergie auch darin manifestieren, dass es zu einer Wiederbelebung des Wettbewerbs der Ideen kommt. Ja, dass es wieder zu einer Offenheit in der öffentlichen Diskussion kommt. Etwas, das meiner Ansicht nach in den vergangenen Jahren extrem gelitten hat. Mass fürchtet sich nicht vom Konflikt. Und der Mass im Zwilling fürchtet sich nicht vor anderen Ideen. Der liebt es, herausgefordert zu werden. Und er liebt es, in diesem Zeichen herausgefordert zu werden von anderen Ideen, von anderen Argumenten. Der Mass, der fürchtet sich nicht von einem guten Ideengefecht. Ja, der sucht das Regelrecht. Und ich denke, das ist etwas, was wir jetzt wirklich, wirklich brauchen können. Und vielleicht ist das mein Wunschdenken, aber ich sehe das hier auch wirklich in der Symbolik drin, dass wir dieses Potenzial jetzt haben, zumindest in den nächsten sieben Monaten, und dass jetzt endlich der Mut da ist, sich auch unangenehmen und konträren und anderen Ideen und Vorstellungen zu stellen und zu diskutieren und wieder Ideen auszutauschen. Und das nicht einfach alles gleichgeschaltet, gleichgespurt denken muss. Das sind einfach so ein paar Bilder, die mir jetzt so spontan in den Sinn kommen zum Mass in den Zwillingen. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass sich der Mass im Zeichen Zwillinge ganz sicher wohler fühlt als noch im Erdzeichen Stier. Das ist das langsame, träge Erdzeichen Stier. Und jetzt ist er eben diesem schnellen Luftzeichen Zwillinge und der Mass, der hat es eben gerne, wenn es schnell geht. Und das entspricht eben dem Mass. Hier kann es seine Energie viel ungehinderter manifestieren, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Aber für den Mass selber, ganz wertfrei betrachtet, ist der Zwilling eine deutlich bessere, funktionalere Umgebung als noch im Stier. Aber wie bereits erwähnt, die Besonderheit jetzt an diesem Transit ist eben die Dauer, dass es so lange dauert, dass der Mass ganze sieben Monate in einem Zeichen, in diesem Fall im Zeichen Zwillinge ist. Und eben diese Rückläufigkeit, das macht diesen Transit jetzt besonders interessant und bedeutsam. Der Mass wird ja dann langsam, allmählich langsamer von der Bewegungsgeschwindigkeit her und kommt dann am 30. Oktober zu einem Stillstand. Wir sagen dann, der Mass ist stationär. Und danach beginnt seine Richtung, seine Laufrichtung scheinbar, das ist ja alles nur ein optischer Effekt, beginnt der Mass scheinbar seine Richtung zu ändern und geht dann wieder rückwärts. Und dies beschreibt sehr wörtlich, was wir dann eben oftmals auch in der Wirklichkeit beobachten können, nämlich, dass etwas, irgendetwas, was mit Massenergie zu tun hat, plötzlich zu einem Stillstand kommt. Das kann zum Beispiel sein, dass du plötzlich bist in einem Projekt oder in irgendetwas und dann triffst du plötzlich auf einen Widerstand, wo es nicht mehr weitergeht. Oder es kann auch sein, dass dich plötzlich die Kraft oder der Mut temporär verlässt und du deshalb zu einem Stillstand kommst. Und dann bewegt sich der Mass, wie gesagt, rückwärts und das kann sich dann so zeigen, dass wir zum Beispiel einen Rückschlag erleben in irgendeinem Lebensbereich oder irgendeinen Fehler entdecken und dann quasi wieder einige Schritte zurückmachen müssen, um den Fehler zu beheben, bevor wir wieder weiter nach vorne schreiten können. Also quasi wörtlich, was wir im Horoskop in der Bewegung des Masses beobachten können. Fast wörtlich kann sich das eben dann auch im Leben manifestieren. Und gerade beim Mass ist diese Wahrscheinlichkeit noch höher, weil der Mass bekannt dafür ist, dass er eben gerne zuerst handelt und erst im Nachhinein sich überlegt, was er eigentlich tun soll. Also zuerst handeln, dann überlegen, dann bereuen. Das ist so das Schema vom Mass. Obwohl der Mass erst Ende Oktober rückläufig wird, tritt er bereits Anfang September in seinen Rücklaufschatten ein. Das heisst, schon Anfang September kommt er in den Bereich des Zeichenzwillings rein, den er dann eben insgesamt dreimal durchlaufen muss. Das heisst, er kommt rein, ich weiss jetzt nicht mehr auswendig, welches Grazwilling, und läuft dann vorwärts und dann wieder rückläufig Ende Oktober läuft wieder rückwärts und dann muss er wieder vorwärts und diese ganze Zone innerhalb vom Zeichen Zwillinge, das nennen wir dann eben den Schatten und erst im März nächsten Jahres kommt er dann wieder aus diesem Schatten raus und kurz später wechselt er dann ohnehin das Zeichen und oftmal ist es so, dass wir dann bereits beim Eintritt in den Schatten also noch vor, dass er rückläufig wird können wir beobachten was eigentlich die Thematik ist, die uns dann in der Rücklaufphase beschäftigt anders gesagt wir können dann bereits im September und Oktober beobachten welche Themen den Mars betreffen wo wir diese Mars-Energie feststellen können und dann können wir davon ausgehen dass diese Themen die wir diese Mars-Themen die wir im September und Oktober Oktober beobachten dass diese Themen dann eben nochmals aktiviert werden sobald der Mars rückläufig wird und dann nochmals wenn er wieder nach vorne läuft und dann erst eben im März wenn er aus diesem Rücklaufschatten austritt erst dann kommen diese Themen zur Ruhe oder sind die Probleme gelöst oder was auch immer das ist nicht immer so aber sehr oft haben wir dieses Phänomen dass eben nicht nur die Rückläufigkeit eine Rolle spielt sondern eben die ganze Zone im Tierkreiszeichen wo dann nachher diese Rückläufigkeit stattfindet quasi schon beim Vorwärtsgehen eine Rolle spielt das nehmen wir eben den Schatten und wie immer mit solchen Transiten wenn du dich fragst wie betrifft mich das persönlich dann kannst du jetzt in diesem Fall einfach schauen schau in dein Geburtshoroskop und schau wo ist das Zeichen Zwilling in deinem Geburtshoroskop und welches Haus ist das und die Häuser beschreiben ja die verschiedenen Lebensbereiche und wenn du das weisst dann hast du schon eine gute Vorbereitung wo du diese Marsenergie am ehesten spüren wirst und gerade beim rückläufigen Mars ist es so dass es mundan gesehen also wenn wir quasi die Weltereignisse anschauen ist ein rückläufiger Mars häufig ein schlechtes Omen häufig mit Krieg assoziiert aber privat kann kann ein rückläufigermass durchaus auch sehr sehr positiv sein also das muss nicht unbedingt negativ sein schau in welchem Haus du den Zwilling das Zeichen Zwillinge hast und dann dort wird sich das Ganze abspielen und dann kannst du schauen ob du diese Marsenergie spürst vielleicht spürst du dort Mut und Kraft und Veränderungswille und so weiter kann sehr sehr positiv sein im negativen Falle kann Mars natürlich auch Dinge wie Unfälle und so weiter bedeuten kommt eben ganz darauf an welcher Lebensbereich betroffen ist und wenn du dein persönliches Horoskop mal von mir erklärt haben möchtest dann kannst du natürlich immer auch ein Beratungsgespräch mit mir buchen das kannst du dann auf meiner Webseite dominikburg.ch machen ich habe zurzeit sehr kurze Wartezeiten also ist im Moment ideal wenn du wenn du das gerne möchtest und wenn dir das Video gefallen hat bitte denk dran Daumen hoch Kanal abonnieren das wäre sehr nett ich danke dir vielmals und wir sehen uns dann im nächsten Video Tschüss